Jo, meine lieben Freunde! Ja, hallo! Ja, also bezüglich einem ganz wichtigen Thema... Ja! Ja! Ja, deswegen soll ich erst kurz dazu erzählen, Moment! Ich nehme mal kurz meinen Zauberstock in die Hand, Moment! So, mein Zauberstock, Moment, ich hau mir das auf den Tisch! Das ist mein Zauberstock! Ja! Ja, damit werde ich jetzt einfach kurz die Scheibe in die Hose aufschneiden. Und ja! 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 Moment, wenn ich kurz meine Cola klettern... Moment, wo hab ich meine Cola eingestellt? Wie der jetzt von mir? Ja, also, weil ich der Klonk... Der ist ja hier nebenbei... dabei... Ja, der, 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 der kommt ganz ganz toll... Aber der ist kommt gleich wieder! Und ja! Und ja! Wir wollen uns bedanken für 32.000 Abonnenten! Und ja! Also... Bis zum nächsten Mal! Tschüss!